Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er, Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht. Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen wollen. Warten Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor neun Monaten. Operation Swordbreaker, Irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz ohr. 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 Missfilt 1-3. Missfilt Führung. Überklicken die Demokrationslinie in zwei Minuten. Offa. Verstanden. Yo. Hat noch jemand Nulldurchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie Montes. Ich sag ja nur, wenn es wirklich um die PLR geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLR sind die richtigen, okay? Okay, richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Sein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sonnepunkt begeben. Hier 1-3, verstanden, Out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts. Nicht jetzt, wir kommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorn müsst ihr rechts. Danke! Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Ich mach nur meine Arbeit. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 09.30 haben wir den Kontakt zum Viper-Squad verloren, das einen möglichen USB-V am Spinser Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt da mit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasse weg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Mal los. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten. Los. Wir gehen hier gerade die Nackenhaare hoch. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja. Ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Was war das denn? Jemand soll dem Räumkommando sagen, es soll die Munitionslager weiter wegpusten. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Sieben die große Querstraße, viel freies Feld. Wartet. Da kommt was zurück. Wartet, bis er vorbei ist. Er ist weg. Black, du und Medkovich, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles nicht. Scharfschwetze! Hör einfach raus, Granate! Wo ist der Herr, der ist der? Ich schicke mich! Scharf ihn rein! Los! Los! Komm los! Das Reppe ist noch da! Nichts, Granate! Ich bin getroffen! Scheiße! Anze! 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 Ich bin getroffen! Anze! Scheiße, diesen Scheißkerl aus! Einfach ab! Achtung! Sie bewegen sich! Los, los! Hinter mir! Bist du okay? Gut. Okay. Alles cool. Panzerfaust auf zwölf Uhr! Erster Stoff! Er ist hierüber! Ich bin verknackt. Raus, los weg! Get down! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Focken alle das Scheißgebäude ab! Black, zu mir! Sie in den Waldgebäude! Anderes Ende vom Parkplatz! Sie kommen von der Seite! Neben oben! Da vorn, da vorn! Komm über die Mauer! Black! Kontakt links! Schieße! Ich bin getroffen! Ich schieße! Ich bin getroffen! Schuhe! Herz! Die Mauer. Das ist aber ... Das ist aber ... ... Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursche. Noch ein Beben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Augen offen halten. Scheiße. Zu ungeschützt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung fortführen. Lass nichts von den Fenstern schließen. Angriff! Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holte Al-Baschir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran, oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3. Hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Gesichert. Gesichert. Erwählen wir. Scheiße! Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene Fünfziger. Unten bleiben. Unten bleiben. Das Hotel. Ich glaube, es ist das Hotel. Los. Von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Los. Okay. Unterwegs. Und los. Okay. Unterwegs. Und los. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? An die Wand. Black, warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Black jetzt. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay. Okay. Da ist der Schaffschützer. Andere Seite der Straße. 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Pappe aufgehört. Geht's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich geb dir Deckung. Während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten. Drei, zwei, eins. Feuer frei. Ziel perfekt erwischt. Alles okay? Alles okay. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Misfit 1-3, hier Medevac. Wir haben euren Mann hier unten wieder zusammengeflickt und können ihn zwecks Abholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Kein Problem, Medevac. Welche Richtung? Over. Nordseite. Misfit 1-3 in Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Haltet Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Sind in Deckung. Schaltet sie aus, 1-3. Auf den Balkonen. Liegt die Seite. Ziel auf dem Dach. Direkt geradeaus. Okay, los geht's. Da kommen noch mehr. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Die Luft scheint heiß zu sein. Misfit 1-3. Wir gehen los. Over. Wir geben euch Deckung. Ihr könnt los. Soll das ein Schad sein? Misfit 1-3. Hier Doc Holliday. Vielen Dank. Wir sind durch und kümmern uns jetzt um euren Freund. Out. Sie kommen jetzt immer näher. Ich glaub, sie sind im Gebäude. Können wir bitte von diesem scheiß Dach runter? Verstanden. Der Rückweg wird zu haarig. Wir müssen einen anderen Dach finden. Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nähen. Okay. Scheiß Pfadfinder. Los, los. Vorübergehender Rückschlag. Sind unterwegs zum Zielort. Over. Wir boxen uns durch. Ich hoffe, dass sie okay sind. Was passiert, wenn die PLR die Macht an sich reißt? Terroristen an der Spitze sind nicht gut. Alter. Amerika wurde von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der scheiß Unabhängigkeitskrieg war? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Kempo? Das frage ich mich auch oft genug. Scheiße, komm zurück! Sieg, bring it up! Adelow! Adelow, bring it up! Ist das die Patrouille? Zwei davon. Reiß dich zusammen. Oh, scheiße! Scheiße! Wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Missfit-Führung. Hier 1-3. Rauche sofort Käse weg. Verstanden? 1-3 verstanden. Sind endlich soweit. Haltet durch. Auf. Das Ganze gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Ich hab was gefunden. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch mehr. Sekundär-Draht. Sekundär-Draht. Verstanden. Kacke. Wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns. Wo ist das Problem? Kap den Draht. Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht. Blackburn, du bist freiwilliger. Folge dem Draht. Alles in Ordnung da drüben. War nur noch ein scheiß Beben. Mach dir keinen Kopf. 1-4 ist als Verstärkung hier. Sieh zu, dass du den Draht durchschneidest. Jetzt noch mal! Blackburn, du bist freiwillig. Blackburn, du bist freiwillig. Blackburn, du bist freiwillig. Blackburn, du bist freiwillig. Geh! Geh, Geh! Geh, Geh! Wir sind ein Freund in Ihres Werken. Wir kreisen in eurer Position. Achtung! Wir kommen in die Gefängnis in eurer Richtung. Wir kommen in die Gefängnis in eurer Richtung. Achtung! Auf geht's, kommt jede Menge Bewegung auf euch zurück. Die Bracke, die wollen um die Bracke fallen. Komm, 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 sie werden uns überrennen. Ich schieße. Bewegung, los, los. Da, zu dem feindlichen Fahrzeugwrack. Blackburn, an die Waffe. Wir brauchen sofort einen Feuerschuss auf der Straße. Direkt voraus. Bleib sie ab. Es kommt endlich, los.